2010 wird deshalb auch ein gutes Jahr, weil wir uns sehr auf Innovation konzentrieren. Wir entwickeln neue Produkte, neue Lösungen, mit denen unsere Kunden sogar noch besser ihre Anlagen automatisieren können. Beispielsweise im Bereich der Energieeffizienz, wo sie mit Energiemonitoring, das stellen wir hier auf der Messe schon dar, im Verlauf von wenigen Monaten das Investment wieder hineinbekommen. Das ist natürlich sehr interessant für unsere Kunden. Vielen Dank für's Zuschauen.